So, das ist hier das... Boah, wieso kann ich das nicht einfach wie eben anklicken? Da, hier, das ist das Planetensystemgetriebe. Boah, ist das eine fummelige Arbeit. Hm, das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Okay, vielleicht ist dann die Farbreihenfolge hier eher richtig. Dieses wäre Min, Afrikum, Silentium, Pornithus und Fromm. Vielleicht ist das eher richtig. Dann wäre links rot. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Ausgangsposition war. Dann käme lila. Dann käme Silentium. Pornithus war... ...gelb. Dann kam Fromm. Komm schon. Boah, was ein fummeliger Kram hier, ey. Hm, das funktioniert die Planetensteine. Okay. Also das ist auch nicht richtig, die zwei Hinweise. Entweder ich bin jetzt auf dem falschen Dampfer. Oder die Hinweise sind einfach für ein Arsch. Rot. Lila. Blau. Gelb. Und grün. Oh, da hat der Bug wohl trotz Patch nicht behoben. Ich probiere noch ein paar Minuten rum und dann... ...lade ich den Kram einfach hoch. Oder hat der Typ noch irgendwas anderes zu sagen? Äh... ...bist du... ...ah... ...ich habe noch... ...frag... ...hast du... ...doch, doch, aber es ist doch... ...bisch schon gewogen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Steine angeordnet sein müssen. Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. So weit klar. Aris, Pornitus, Vernikus, Silenz und Frobbel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Ähm, ja, ein Kinderspiel. Ich versuche es lieb. Tu das. Ich glaub... Los, los! So ein Arsch mit Ohren, ey. Moment. Dann müsste eigentlich Lila hier hin. Pornitus wäre dann gelb. Dann rot. Dann blau. Dann grün. Hätte ich die Reihenfolge eben schon? Ich weiß es gar nicht. Naja, mal probieren. Hm, das funktioniert, die Planeten. Keine Chance. Oder habe ich einfach in Chemie nicht aufgepasst, dass das irgendwie was anderes bedeuten soll? Rot steht auf jeden Fall an dritter Stelle. Lila an erster. Gelb hier. Oder habe ich gelb mit grün vertauscht eben? Heidewitzka. Hm, das kommt die Planeten. Nö. Afrius, Pornitus, Vermikus, Sinens und Froppe. Fromm. Fromm und Froppe. Das hört sich alles so ähnlich an. Deswegen dachte ich, dass das halt eben einfach nur übernommen werden muss. Aber so einfach macht das Spiel einen dann wohl doch nicht. Ja, das ist meine Rauchen. Hm. Es gibt's. Boah, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, ey. Das ist unglaublich. Hm, das funktioniert mit dem Planeten. Es ist auch die Frage, wo fängt diese Reihenfolge eigentlich überhaupt an? Hehehe. Äh. Öh. Hm. Das, was ich machen kann, ist halt eben immer um eins versetzen und dann probieren. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also. Da fange ich am besten hier unten einfach mal an. Da pflanzen wir hier Lila hin. Dann. Dann. Gelb. Dann. Blau. Ich bin doch total durcheinander in der Birne. Afrius. Lila. Pornitus. Gelb. Veranikus. Äh. 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 Rot. Rot. Dann kam Silenz. Blau. Und dann. Ne. Das Blau. Blau. Und dann Lila. Fobbel. Hä? Ach man. Ich bin total durcheinander in der Birne. Also. Ich schreibe es mir jetzt einfach hier hin nochmal. Bäh. Äh. Also. Äh. 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 Afrius. Das ist Lila. Hoffe ich einfach jetzt mal, dass das so richtig ist. Das wäre dann Gelb. Das wäre dann Rot. Silenz wäre dann Blau. Und Froffe wäre Grün. Ich hätte es auch Offscreen machen können. Ich weiß. Aber scheißegal jetzt. So. Lila. War zuerst. Dann Gelb. Dann wollte ich Rot. Dann wollte ich Blau. Und dann Grün als letztes. Komm schon. Lass es. Es kommt zu den Planeten statt. Okay. Lila war schon hier drin. Dann in den nächsten. Das müsste dann richtig sein. Lila. Gelb. Rot. Blau. Und Grün. Falls die Reihenfolge überhaupt stimmt. Ja. Warum benutzt der es jetzt nicht? Sertweg. Hallo. Komm schon. Hm. Das wird die Planeten. Okay. Das funktioniert immer noch nicht. Der Name ist Lila. Hier hin. Da 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 hin. Hm. Das funktioniert noch nicht. Die Planeten stand. Ich hab. Das hat die Planeten. Auch nicht. Da. 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 funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht... Ich hab jetzt... Bin jetzt alles durchgegangen. Ich würd sagen, ich mach hier dann Fluss für Holz und dann zieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder und dann mach ich mir einfach mal so ein paar Gedanken darüber. Naja. Also bis dann, Leute. Sayonara.